Für mich geht es am Sonntag für eine Nacht nach Berlin. Alles, was ich dachte zu wissen, konnte ich wieder streichen. Ich will gerade, you're losing me. I'm free. Boah, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Klausur so optimal war. Und damit, hello friends und welcome zu einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon erkennen konntet, ich vlogge heute nochmal, denn ich bin tatsächlich seit 10 Minuten prüfungsfrei. Ich habe gerade meine letzte Klausur geschrieben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so ein gutes Gefühl habe, also es würde mich jetzt vielleicht nicht wundern, wenn ich die nächstes Semester nochmal schreiben muss. Also, nee, ich fand es jetzt irgendwie nicht so geil. Aber erstaunlicherweise habe ich dennoch irgendwie gute Laune. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich jetzt wirklich erstmal frei bin und nicht nach Hause fahren muss und lernen muss, sondern ich jetzt wirklich chillen kann und lesen kann. Und deswegen vloggen wir jetzt auch direkt wieder. Ich stehe gerade tatsächlich auch noch auf dem Parkplatz vor der Uni. Ich werde jetzt nach Hause fahren und dabei einfach ganz laut Taylor Swift hören und alles vergessen. Oh mein Gott. Erstmal kein Unistress mehr. Oh. Für mich geht es am Sonntag für eine Nacht nach Berlin. Ja, ganz spontane Sache. Meine beste Freundin, die in München wohnt, die hat am Montag einen Termin in Berlin und hat dann gefragt, so, ja, sollen wir für eine Nacht nach Berlin? Wollen wir uns da treffen? Und ich war so, ja, okay. Ich habe Zeit, ich muss nicht arbeiten, ich habe keine Klausur. Okay, das heißt, ähm... Okay, ich muss jetzt, ich glaube, ich muss jetzt, ich glaube, ich muss jetzt Koffer packen. All right. Sehr cool. Ich habe das Koffer von Lohan. Ich habe das Koffer von Lohan. hallo fans ich habe mich heute den ganzen tag nicht gemeldet aber wie ihr wahrscheinlich gesehen habt wir waren bei ikea und haben für fabian auch den bücherwagen gekauft weil fabian hat ja auch angefangen zu lesen und hat jetzt doch schon innerhalb von nicht mal einem jahr echt ein paar bücher angesammelt und das wurde jetzt dann mal zeit und ich finde es so cool ja ich habe jetzt gerade mal meinen koffer gepackt wir haben auch schon ein viertel vor acht und für mich geht es dann morgen früh nach berlin ich freue mich total und dann lernt ihr auch mal vanessa kennen das wird das wird sehr 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 cool und vor allen dingen werde ich auch definitiv die zeit im zug nutzen um book lovers auszulesen also ich habe auch wirklich nicht mehr viel das sind vielleicht noch knapp 100 seiten oder so ja ich würde sagen wir sehen uns morgen in berlin we crazy das ist der typische vanessa wolltest du noch was trinken man es haben wir haben 23 Ich weiß gar nicht, ob ich das posten darf. Ich hätte gerne Sex on the beach, bitte. Okay. 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 erstmal abfüllen. Ich brauche mal eine Milch. Okay, ich bin keine Pussy. Wir machen das jetzt hier einfach. Es sind sogar gar nicht so viele Tropfen daneben. Crazy. Jetzt hier einfach drauf. Ich trinke mein Matcha eigentlich ganz anders. Ich weiß nicht. Ne, warte mal. Eigentlich mache ich das andersrum. Ich trinke das eigentlich ganz anders. Aber es ist okay. Ich schwöre, eigentlich mache ich den anders. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Darüber reden wir einfach nicht. Okay und mein Plan ist es jetzt eigentlich mal meinen Schminktisch sauber zu machen. Ich habe eben schon meine Pinsel sauber gemacht und das ist schon ein Riesenerfolg. Aber mein Schminktisch, da sind sehr viele Haare drin und es ist sehr staubig und überhaupt seht ihr das. Das ist sehr dreckig. Eigentlich bin ich ja ziemlich clean, aber so staub ist mir meistens egal. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt auch mal. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein Riesenerfolg. Das war's für heute. 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 Das hier ist voll. Ich werde auf jeden Fall Rückenprobleme bekommen, sobald ich das in den Keller getragen habe, aber ich würde sagen, wir räumen das jetzt mal in den Keller. Oh Gott, das will... Oh Gott, das will... Okay, und der Zwischenstand im Keller sieht jetzt erstmal so aus. Das heißt, die alten Fantasy-Bücher stehen jetzt hier und dann stehen hier noch die zwei Bücher vom Pipa Verlag. Ich denke, dass in der nächsten Zeit da wieder ein paar Bücher dazukommen werden, weil ich halt oben einfach nicht so viel Platz habe, aber ich finde, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist das Regal hier auch nicht leer, weil seitdem ich das umgeräumt habe, stand das halt einfach nur leer und das ist jetzt auch gut so. Spoiler, das hier sind übrigens die Bücher, bei denen ich hoffe, dass ich sie jetzt im Februar in den nächsten zwei Wochen noch lesen werde. Vielleicht ja in einer 24-Stunden-Reading-Challenge. Das habt ihr nicht von mir gehört. Good morning, friends. Got my coffee. Wir haben mittlerweile auch schon halb eins oder so. Also, ich bin heute übrigens im Homeoffice. Ich muss heute arbeiten und deswegen habe ich mich noch nicht gemeldet. Ich mache mir jetzt auch den ersten Kaffee. Wirklich, seitdem ich in der Klausurenphase war, muss ich irgendwie jeden Tag Kaffee trinken. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut, weil ich davor nie Kaffee getrunken habe und dann, wenn nur, wenn ich irgendwie unterwegs war und im Kaffee war. Aber jetzt mache ich mir irgendwie jeden Tag an. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das wieder abtrainieren soll. Oder ob ich es jetzt einfach so hinnehmen soll, dass ich jetzt jeden Tag einen Kaffee trinken will. Keine Ahnung. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich habe meine Haare heute ein bisschen anders. Meine Mama hat sich den Shark gekauft. Das ist ja eigentlich ein Dyson-Duke, aber auch nicht besonders günstig. Also ich glaube, das kostet auch irgendwas mit 200 Euro, keine Ahnung. Meine Mama hat sich den gekauft. Und ich habe den heute das erste Mal benutzt. Ich muss sagen, das ist definitiv Übungssache. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders talentiert war, was so meinen ersten Versuch angeht. Aber dafür, dass es mein erster Versuch war und ich eigentlich sonst ziemlich unfähig bin, irgendwas mit meinen Haaren zu machen, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe halt wirklich leichte Locken und ich finde es eigentlich ganz süß. Also ich glaube, mit ein bisschen Übung kann man das wirklich, wirklich schön machen. Vor allen Dingen, weil ich halt nie so Locken habe, sondern ich mache das ja immer nur mit der Rundbürste. Und jetzt würde ich sagen, arbeiten wir weiter. Wir machen mal ein kurzes Update zu Band 5 von Shatterme. Ich habe gestern gestartet auf Seite 75. Ich bin jetzt auf Seite 300. Das gestern, das hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum, weil auf jeder Seite irgendwelche neuen Informationen kamen und alles, was ich dachte zu wissen, konnte ich widerstreichen, weil also wirklich ihre Vergangenheit und was da alles rauskam. Und also wirklich mind blown. Ich habe jetzt nur noch 60 Seiten. Ich habe wirklich Angst, ich habe wirklich Angst. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt am Ende noch passieren soll. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber ich werde es jetzt lesen. Hä? Aber das Ende war doch süß. Irgendwie habe ich gedacht, dass das Ende jetzt hier auch nochmal richtig krass wird, so wie das Ende vom vierten Buch. Aber das hier hatte jetzt eigentlich eher ein süßes Ende. Also Ende, ne? Das ist ja noch ein Buch, also das ist jetzt Band 5 gewesen. Es gibt insgesamt sechs, wenn man die Novellas nicht mitzählt. Aber da ist jetzt, das war jetzt eher ein schönes Ende. Ich habe, ich habe nur noch ein Buch, also nur noch ein Buch in der Hauptstory und dann ist es vorbei. Und ich will nicht, dass es vorbei ist. Ja. 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 Musik ZE TAYTAY PAYDAY Late single maybe I'm scared Really now? Rage? Okay Es ist okay Es ist okay Es ist okay Es ist nicht in meinen Top 5 gewesen aber es wäre schon cool gewesen. Okay, wir machen das mal kurz leise. Hello Friends und Good Morning. Wir haben mittlerweile Freitag. Ich bin heute wieder im Home Office. Ich muss heute arbeiten und ich nutze gerade meine Mittagspause, um im Livestream vom Taylor Swift-Konzert zu sein. Es werden jetzt sehr anstrengende Monate, jedes Wochenende zu bangen, dass nicht meine Lieblingslieder als Surprise-Songs drankommen und dass ich vielleicht noch die Chance haben werde, die zu hören, weil ich würde mich übertrieben, übertrieben über Clean freuen, über Death by a Thousand Cuts. Dafür würde ich auch sterben. Ja, Your Own Kid war ja letzte Woche in Tokio schon dran. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch das Glück habe, das zu hören. Was ich auch gerne hören würde, ist The Story of Us von dem Album Speak Now, finde ich auch irgendwie ultra geil. Naja, natürlich auch Is It Over Now, Now That We Don't Talk, aber so Clean und Death by a Thousand Cuts, also dafür würde ich schon vieles tun, um die zu hören. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt als nächster Surprise-Song drankommt. Was, warum redet sie über das neue Album? Was? 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 ...a song on this vinyl called The Bolter. So this is called The Bolter. Oh, my God! Als ob sie jetzt einen Song spült, der noch nicht veröffentlicht ist, von dem Album. Und was? Sie spielt gerade You're Losing Me. Sie spielt gerade You're Losing Me. Sie spielt gerade wirklich You're Losing Me. Habe ich gerade geweint? Nein! Was? Oh nein! Nein! Zumindest bin ich im Livestream drin. Oh man! Ich bin hartbroken. Ich bin absolut, absolut hartbroken. We are back. Der nächste Tag, die nächsten Suppe ist sonst. Nach gestern habe ich echt Angst. Und damit Hello Friends, es ist der nächste Tag. Wir starten direkt wieder mit den Surprise-Songs und sie hat gerade Get Away Car gespielt. Ja. Ich brauche kurz eine Minute, okay? Nein, 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 nein. Nein! Da bin ich wieder. musste jetzt erstmal kurz durchatmen. Ich kann nicht glauben, dass sie Getaway Car mit Mash-Ups gespielt hat und dann This is me trying. Das tut weh. Das tut wirklich und You're Losing mir hat gestern schon weh getan, aber das tat auch das tat jetzt auch schon sehr weh. Oh mein Gott. Es sind noch so viele Shows, bis meine Show beginnt und ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich glaube, Leute, die kein Tenterswift hören und nicht so into it sind, auch was die Error-Store angeht, die können uns wahrscheinlich auch jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, ich weiß. Aber irgendwie weiß ich nicht. Zu wissen, dass man die Chance noch hat, die Lieblingslieder zu hören, aber ich würde sagen, dass das jetzt doch der perfekte Abschluss für dieses Video ist. Ich würde den Vlog jetzt beenden, denn ich werde morgen ein neues YouTube-Video starten und ich hab's ja schon mal ein kleines bisschen im Vlog angespoilert. Ich werde morgen einen 24-Stunden Lesemarathon machen für YouTube. Seid gespannt. Okay, wir sehen und bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.